ja herzlich willkommen und hallo sportsfreunde zu einem neuen halbkortschmiede video und zwar mit einem ganz anderen format heute ja die kamera qualität ist eventuell nicht ganz so gut wie gewohnt aber dafür sollte die soundqualität besser sein ich sitze hier nämlich an meinem schreibtisch und wir gehen mal über eine sache und schauen uns was an was jetzt in den letzten tagen abgegangen ist in der strongman welt und damit auch etwas ist was durchaus sehr interessant für mich ist und wozu ich mich auch bei instagram falls ihr mir da folgt schon zweimal jetzt geäußert habe und ich möchte einfach für die ja follower auf youtube und auch vor allem für die deutschsprachigen fans die vielleicht nicht verstanden haben was überhaupt abging das ganze noch mal zusammenfassen möchte noch mal meine meinung dazu sagen und dementsprechend einfach kurz ein statement dazu abgeben das ist mir irgendwie doch wichtig denn ich finde dass die sportlichkeit und das sportsmann sein und die sportliche fairness gerade im kraftsport und strongman sport doch sehr sehr wichtig ist jetzt kopflöre auf weil ich sonst das video nicht für ich abspielen kann dann habe ich nämlich die boxen interferieren hier mit meinem mikrofon also wir probieren das jetzt mal so das ist jetzt erstmal hier das erste mal dass ich so für euch ein video aufnehme falls euch das format gefällt freue ich mich natürlich könnt ihr mir gerne einen kommentar dazu da lassen also als allererstes mal schicke ich vorweg ich habe schon öfter mal mich mit dem einen oder anderen eddie hall-fan angelegt weil ich immer wieder gesagt habe dass er die holt kein champion in meinen augen ist er mag ein welt rekord halter sein hat ein excel excel lift record und er hat den deadlift record und er ist auch ein ehemaliger world strongest man aber er hat meiner meinung nach nicht das mindset eines champions er hat nach einem einzigen sieg alles an den nagel gehängt hat sich dafür halt entsprechend wie er selber sagt fast umbringen müssen und im endeffekt zeigt das ja er konnte eigentlich auf dem level nicht wirklich mithalten wir haben heute world strongest man mit martin lisses der 50 kilo leichter ist als er die damals war wir haben kickelkowski der jetzt irgendwie vier mal zweiter geworden ist oder so und er auch halt ja ich glaube 155 kilo oder so hat wettkampfgewicht aber gut darum soll es jetzt gar nicht gehen dass er die einfach sehr sehr schwer war das ist gar nicht das thema das ist auch völlig okay er war statisch also vor allen dingen druck und gebeübungen unglaublicher athlet er ist jetzt mit seinem youtube unterwegs und ist durchaus auch ein ja ein botschafter für den sport macht viele verschiedene sachen aber er hat einfach nicht den nötigen respekt und da werden wir jetzt mal kurz reinschauen hier das video von ihm Q&A und ich werde auch kurz übersetzen für meine follower im deutschsprachigen raum also die frage ganz genau war denkst du dass after mehr als 501 kilo heben sollte um einen neuen weltrekord aufzustellen da er die damals um 37 kilo glaube ich den weltrekord gebrochen hat also wirklich eine riesenleistung riesen sprung gemacht hat in diesem deadlift weltrekord und jetzt erklärt er noch mal kurz das haft war am 2. mai in iceland also in island in rekjavik weiß ich im gym den rekord angreifen möchte dazu sei als allererstes mal gesagt dass weltrekorde immer um ein kilo verbessert werden können und dürfen natürlich kann ein athlet wenn er unglaublich viel luft hat wie er die damals auch einen größeren sprung machen aber normalerweise und das war auch viele jahre vorher so zum beispiel beim deadlift rekord 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 dass der immer um ein kilo angehoben wurde um you know what breaking it is breaking it if he breaks it by by a kilo or 10 kilo or 30 kilo it doesn't matter really if he breaks it he breaks it um i will say that i broke it by 37 kilos in one day um you know i did something special i broke that 500 kilo barrier when everybody thought it was possible um we wouldn't even be talking about the 500 kilo deadlift if it wasn't for me right now also er sagt hier bloß noch mal es ist egal wenn er es um ein kilo bricht oder um zehn kilo scheißegal gebrochen ist gebrochen wir reden nur über die 500 kilo überhaupt weil er es gemacht hat das stimmt und er ist einfach absolut abgenervt davon dass die leute überhaupt davon reden den rekord zu brechen vor allen dingen haft und jetzt kommt schon das erste sehr sehr respektlose und das stimmt auch einfach nicht was er sagt aber da kommen wir gleich zu check the death of hearing i'm sick to death of seeing my name in his title on youtube videos the 501 kilo and titles in youtube videos and it's just plug in it's using my success to drag it for his views it's just sick to death of it if you're gonna pull it and pull it it's been four years you know after 500 kilo deadlift no one has come close also jetzt sind hier mehrere mehrere dinge wir gehen jetzt einfach mal auf haftos youtube channel und er sagt er ist so genervt davon dass er seinen namen benutzt hier haben wir einmal eddie im titel okay ich gehe mir jetzt nur so ein bisschen also wenn ihr jetzt sagt oh ja hier hier ist noch mal die drinnen tatsächlich okay und natürlich benutzt er den deadlift als titel weil er einfach darauf trainiert und vor allen dingen weil er halt wahrscheinlich einer der wenigen ist jetzt auch noch mal eddie vor vier monaten der so nah dran ist dass er davon überhaupt sprechen kann also wenn ich das jetzt nicht falsch sehe falls ich jetzt was übersehen habe könnte mich gerne korrigieren hat er halt innerhalb von einem halben jahr oder so dreimal in bezug genommen auf eddie hall und das eine mal zumindest hier mit diesem will i fight eddie hall bezog sich mit sicherheit auf fanfrage ich habe jetzt nicht alle videos im kopf leute aber gut das ist das thema nummer eins dann sagt er dass vier jahre ein rekord sei ja was was es sonst nicht wirklich gäbe im kraftsport das ist natürlich ein sehr sehr lange stehende rekord das ist wahr aber es ist halt auch nicht so dass andere rekorde nicht schon länger stehen zum beispiel hat ja mittlerweile die junas den block lift rekord seit ich weiß gar nicht fast 15 jahren oder so er hat ihn selber immer verbessert und der letzte rekord den er gedrückt hat der steht jetzt auch schon definitiv länger aber dass man nur so am rande dann sagt er ich weiß gar nicht ob es jetzt in der also in dem sinne hat es hier angedeutet aber es gleich noch mal sagt er sagt haftor vor allen dingen hat immer wieder gesagt er kann den will den rekord holen und das ist eine sache die halt definitiv nicht stimmt haftor hat in persönlichen gesprächen mit mir als ich ihn besucht habe und auch im internet immer wieder betont ihm geht es nicht um den deadlift rekord ihm geht es nicht darum ihm geht es darum beim strongman eine komplette show zu gewinnen man hat es erst wieder bei den arnolds gesehen er hat ein gewicht genommen mit dem er alle anderen geschlagen hat und dann war genug für ihn er hatte überhaupt nicht das bedürfnis zu zeigen dass er die 500 oder mehr ziehen kann hat gesagt ich gewinne die show und darum geht es mir denn im gegensatz zu eddie hall der schon lange lange keine volle strongman show mehr gemacht hat nämlich seit dem bsm 2017 geht es haftor immer darum eine ganze strongman show zu gewinnen und so viele disziplinen wie möglich wenn ich sogar alle zu gewinnen da sich als strongman sieht und nicht als single lifter für ein einziges event und jetzt 2020 ist das erste mal das haftor konkret gesagt hat er wird den welt rekord angreifen er wird es machen es ging um world ultimate strongman wars machen wollte der jetzt natürlich nicht stattfinden kann wegen der corona krise also das ist erstmal die situation und das sind die hintergründe vielleicht auch für alle dies nicht so eng verfolgen und jetzt gucken wir mal weiter ich bin sehr stolz auf dem letzten vier jahre ich bin sehr stolz auf das ich will sagen das ich will sagen das bevor ich mich für den 501kg deadlift er macht das in seinem gym jetzt unter den circumstances ist es schwer denn wenn ich vier jahre gesagt habe wenn ich 500 kg in meinem gym mit meinem weights und meine sponsors pushing it my sponsors supplying the weights my sponsors giving the prize money my sponsors giving me the live stream if i did that four years ago in my gym people would call bullshit people say it wouldn't count referee there or not so it's a tough one you know it is a tough one the circumstances make it very hard for this to be made possible for us going for it's doing it in his home gym i believe in iceland is got magnus for magnus and their refereeing it i'll say this right okay also bevor er jetzt gleich noch mal zu seinem statement kommt noch mal zur erklärung denn ich hatte auch einige die hall fans die mich angeschrieben haben darauf angesprochen haben und gesagt haben ja aber tetzel das ist doch quatsch das kann nicht dein ernst sein also er sagt hier wenn er vor vier jahren damals das alles in seinem home gym gemacht hätte mit seinen sponsoren mit seinem eigenen equipment und so weiter dann hätte das ja keiner für voll genommen den welt rekord gut es gibt das video ungefähr 100.000 mal auf youtube von seinem 500 kilo zug eddie hatte seine eigene deadlift plattform eddie hatte seine eigene stange ich weiß nicht ob er seine eigenen gewichte hatte aber ich meine kalibrierte scheiben sind kalibrierte scheiben ob die jetzt von rock sind von eliko oder von atx oder von irgendeiner anderen firma eine 25 kilo scheibe die kalibriert ist ist eine kalibrierte 25 kilo scheiben leute und wir gucken mal eine sache kurz nach also eddie sagt ja er hat es ja nicht in seinem hinterhof gemacht nicht in seinem home gym die bedingungen seien sozusagen öffentlich gewesen und so weiter also wir gucken mal okay also er die hatte eine unglaubliche anfahrt zum damaligen europe strongest man von guckt euch an anderthalb stunden anderthalb stunden 90 meilen ja also er musste halt irgendwie 140 kilometer ungefähr fahren um zu seinem wettkampf ort zu kommen was ich auf jeden fall zugebe ist natürlich hat haftor die aller aller besten chancen so einen rekord zu brechen unter seinen voraussetzungen er hat sein home gym er hat seine gewohnte umgebung hat seine ganze crew da die ihn anfeuern kann er hat natürlich die bestmöglichen voraussetzungen wenn er den rekord schafft so wie es für ihn ist dort zu hause besser wird das nicht bekommen darum gebe ich in dem sinne er die recht ja es ist es ist ein bisschen schwierig man kann halt sagen okay er hat sich sozusagen die bestmöglichen bedingungen rausgesucht statt irgendwie in dubai zu machen oder in malaysia oder wo halt diese wettkämpfe immer stattfinden world strongest man world ultimate strong man halt unter sehr krassen wetterbedingungen da ist er es gewohnt da hat er absolut den heimvorteil das sei zugegeben dass es absolut nicht absprechbar aber eddie hatte den selber auch das müssen wir ganz klar sagen es war sein home turf es war seine leute um ihn seine frau war da ihr wisst es alles die ist auch nicht immer dabei im gegensatz zu haftors crew er ist da ja immer jemand der da sehr 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 mit seinen ganzen freunden reist auch zu den wettkämpfen aber in dem falle hatte natürlich eddie denselben vorteil den er jetzt hier haftor sozusagen madig machen möchte natürlich ist es besser wenn du im eigenen bett schlafen kannst schnell zum wettkampf fahren kannst und gas geben kannst noch dazu kommt eddie hat nur ein lift gemacht also nur die nur das deadlift event hat er nur gemacht aber gut das ist erst mal so viel um mal dazu zu sagen zu den fanboys die mir sagen aber tetzel der haftor hat seine ganz eigenen bedingungen eddie hatte auch seine eigenen bedingungen viel besser wird es nicht wenn ich mal nur anderthalb stunden anfahren zu einem wettkampf hätte um dann loszulegen freunde ich wäre sehr happy i do not trust the islandics i do not trust the world strongest man 2017 they were the ones that cried and stomped their feet and said that you know the referee cheated them and that's the only reason i won the world strongest man okay harte bomben die er hier droppt also er sagt ganz klar er vertraut den isländern nicht warum kein grund aber er sagt 2017 haben sie sich aufgeregt darüber was passiert ist jetzt muss man auch hier noch mal ganz kurz ein bisschen hintergrund reinbringen es ist einfach so dass die events beim world strongest man im finale 2017 mehrfach geändert wurden es gab verschiedene anpassungen und es gab zum beispiel verhältnismäßig wenig lauf events wo er die übrigens nicht so gut ist auch haftor seine probleme hat an dieser stelle sei sofort zugegeben siehe zum beispiel der timber carry beim letzten arnolds aber er sagt halt hier die isländer haben sich aufgeregt da sage ich ja gut können sich aufregen deinen titel hast du trotzdem gewonnen auch wenn haftor danach ein statement gemacht hat das im prinzip eher ein bisschen beraubt wurde und zum thema mal wo hier auch eine aufregung war magnus ver magnusson hat damals eine wiederholung haftor ungültig gegeben durch die er die die viking press gewonnen hat das ist derselbe referee dem er jetzt misstraut der im prinzip damals ihm den sieg im event gegeben hat und auch hier bin ich der erste der zugibt ich habe mir das mehrfach angeguckt er die hätte wenn haftor eine wiederholung mehr gehabt hätte einfach eine noch mehr gemacht weil er hatte mehr im tank in diesem event das steht für mich fest und da bin ich auf jeden fall in dem im sinne aus sportlicher sicht auf addys seite nichtsdestotrotz gab es mehrere athleten die einfach was dazu gesagt haben 2017 das dann beschönnen nun sagen wir mal es alles ein bisschen hin und her abging und das colin bryce mit eddie das ist alles hören sagen da kann ich jetzt nichts von nachweisen ein bisschen kollaboriert hat damit er halt möglichst events hat die für ihn gut und stark sind ich sagten über also versteht mich nicht falsch ich sage auf gar keinen fall dass es nicht verdient hatte world stunges man zu werden ich bin der meinung er hat es verdient gehabt er hat unglaublich krass trainiert dafür war ein unglaubliches monster aber er regt sich jetzt hier so ein bisschen auf und sagt er misstraut den isländern grundsätzlich weil sie sich ja beschwert haben sie dann try to say they were break on a plane they were just all sorts of crap and in the following year at the same islandics were pulled up discrepancies on brian shows deadlift and trying to say that brian didn't complete the left within the time limit it's just that i just don't trust the islandics they will pull anything out their pockets to try and beat me or do anything to top anybody so i don't trust them i do not Wenn sie sagen, das ist 501 Kilo auf dem Bar, dann glaube ich, ich glaube nicht. Sie können sagen, es sind kalibrierte Pläte, kalibrierte Bars, sie können die Referee haben, ich glaube nicht, dass ich das wirklich nicht. Und wiederum, du kannst sagen, was du willst, aber wenn die Tables geändert wurden, wenn ich in meinem Gym und meinem Basement mit kalibrierten Pläten und einem Referee gehen würde, niemand würde es counten. Also er sagt im Prinzip nochmal ganz konkret, es ist ihm scheißegal. Er misstraut denen, er unterstellt ihnen, sie würden das Ganze manipulieren, sie würden das Ganze entsprechend mit irgendeiner Art von Schummelei versehen und werden deswegen auf jeden Fall ihn um seinen Rekord betrügen und dass es niemand zählen würde, wenn ein offizieller Referee das ja bei ihm abnehmen würde und das ist natürlich Schwachsinn. Also erstmal habe ich euch ja die Umstände gerade erläutert. Und wenn er es machen würde, wenn er es einfach machen würde, er hat die Connections. Wenn er sagen würde, hier passt auf, World Ultimate Strongman oder mein World's Strongest Man, Giants Live, wir machen ein Event, ich sage Haftors Rekord, den lasse ich so nicht stehen, ein Kilo mehr, hole ich auch noch aus mir raus, schickt mir jemanden, wiegt meine Gewichte, Angriff, wir machen das Ding und ich wette mit euch, es würde möglich gemacht werden, absolut. Ja. Klar. Ja. 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 Und da ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe, er hat eben nicht gesagt, er wird es machen, er hat immer gesagt, nein, mir geht es beim Deadlift Event immer darum, das Event zu gewinnen, und mir geht es nicht um die Battle Cup. Warum nicht warten, bis das Ende ist, warten, bis ich weiß, bis Oktober, wenn der Welt's Ultimate Strongman die Deadlift macht. Und die Leute können sagen, ich bin unversprechend, ich bin kein Wettbewerb. Wenn die Tafeln geöffnet wurden, wenn ich das gemacht habe, würde ich das machen, die Leute würden B.S. Also ich kenne B.S. auf 4. Aber wenn man das macht, dann machen wir es in properer Umständen. Und ich bin der erste, der zu sagen, well done, und schenke seine Hand und sagen, weil ich weiß, was es braucht. Ich weiß generell, was es braucht. Also das ist, wo ich auf dem 4.501 Deadlift stehe. Was jetzt für den entsprechenden Wettkampf geplant war. Auch ist es natürlich ein Vorteil, dass der Wettkampf nicht im Ganzen stattfindet, sodass man sich auf ein Event konzentrieren kann. Also ich kann es nachvollziehen, dass Haftor es jetzt machen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach so, er muss es ja erstmal schaffen. Also ihr seht Eddie Hall hier, wie so ein kleines Mädchen, was irgendwie Angst hat, dass man ihm was wegnimmt. Und das macht mich traurig. Also es ist auf mehreren Ebenen beschämend. Es ist absolut nicht respektvoll, beziehungsweise es ist absolut respektlos gegenüber den Isländern, was er hier geäußert hat. Gegenüber einer Nation, die, glaube ich, mit Abstand die meisten World Strongest Men produziert hat. Mit Magnus Fer Magnusson dreimal. Würde mich schelten, wenn es falsch ist. Viermal John Paul Sigmarsson. Und ja, mit Haftor natürlich jetzt auch schon ein World Strongest Man, mehrfach ein Europe Strongest Man, Arnold Classic Gewinner. Und er wird auch noch mehr als einen World Strongest Man Titel holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Unabhängig davon jetzt aber, was ich dazu denke und einschätze, wie Haftor in der Zukunft performen wird, ist es einfach respektlos. Es ist einfach eine Sache, die ihn schlecht aussehen lässt und einfach zeigt, dass er nicht das Mindset eines Champions hat. Sidrunas Saviskas, der stärkste Mann aller Zeiten, und damit meine ich der stärkste Mann aller Zeiten, der fast anderthalb Dekaden den Kraftsport dominiert hat, vom Powerlifting über Strongman und hunderte Weltrekorde gebrochen hat. Davon alleine bestimmt 15 Mal den Locklift Weltrekord, auch wenn es sein eigener war. Er hat ihn immer wieder verbessert und gebrochen. Er war der Erste, der neben Tom Stoltman stand und ihn angefeuert hat, als er versucht hat, den Locklift Weltrekord zu brechen. Und übrigens hat Luke Stoltman auch mehr im Lock gedrückt als du, Eddie Hall. Jedenfalls, das ist jemand, der die Ruhe hat. Der die Ruhe hat und einfach die Überlegenheit und weiß, was er schon geleistet hat. Und der niemanden irgendwie die Butter vom Brot nehmen muss, gar nicht vorweg. Ich möchte noch ein kleines anekdotisches Ding bringen. Ihr könnt jetzt sagen, Tetzel, das ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber es ist natürlich auch meine Meinung. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, Tetzel, ich sehe das nicht so wie du. Das ist okay. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Es ist ein langes Video. Ich hoffe, ihr habt euch die Zeit genommen und freue mich natürlich gerne den Kanal abonnieren. Wie gesagt, eure Meinung sagen. Und wenn ihr das Format gut findet, dass ich mich auch mal mit Sachen aus dem Kraftsport beschäftige und das so euch angucken könnt, dann machen wir das vielleicht in Zukunft auch weiter. Ich bin noch nicht so firm mit OBS, dass ich jetzt hier zwischendurch immer umschalte auf Vollbild. Aber ihr habt mich ja da unten in der Ecke und hört meine Stimme. Eddie hat ja mit Devin Larratt trainiert. Devin Larratt, bekannt unter anderem durch Jujimufu, bekannt durch verschiedene Videos, wo er absolut kranke Kraftmonster wie auch Haftor gearmwrestled hat, also gearmdrückt hat. Und Eddie hat dann ganz klar gesagt, nö, gegen Devin Larratt mache ich kein Armdrücken, der ist mir zu stark. Und er macht ja jetzt gegen irgendwie ein Mittelgewicht aus der World Armwrestling League beim Bullen Match. Naja, jedenfalls hat er auch wie immer da sehr große Klappe gehabt, demgegenüber dann. Und ja, wer glaubt, dass natürlich Körpergewicht keine Rolle spielt beim Armwrestling. Dem kann ich nur sagen, dass Körpergewicht natürlich auch beim Armwrestling eine Rolle spielt. Und dass er hier eigentlich schon wieder sein Mindset zeigt, wenn ich nicht gewinnen kann, trete ich erst gar nicht an. Und er hat ja schon einmal Armwrestling gemacht gegen einen starken Athleten, wo er halt vorher gesagt hat, ich reiße ihm den Arm ab. Das ist wie Tautas Lalas. Ich werde immer oft gefragt, Tetzel gibt es auch kleinere Strongman. Wie Tautas Lalas ist glaube ich 1,75 und war mehrfach unter den Top 10 World's Strongest Man. Ich weiß nicht, ob er wirklich retired ist. Ich habe ihn lange nicht mehr auf der Wettkampfbühne gesehen. 2019 beim Europe's Strongest Man gab es jedenfalls ein kleines Armwrestling Match. War eine Showsache geschenkt. Aber Eddie hat halt gesagt, ich weiss Lalas dem Arm aus. Und ich bin kein Armwrestling Profi. Aber die ganze Nummer ist jetzt auch nicht super professionell. Sie haben nicht die Handgelenke gerichtet. Sie haben nicht auf die Daumen geachtet. Sie sagen einfach, seid ihr okay. Und also ich habe mir eine Menge Armwrestling angeguckt, weil ich es total interessant finde. Und ihr seht halt, dass Lalas absolut nicht angestrengt ist. Jetzt zeigt er ihm ganz kurz, dass er ihn leicht hat. Eddie gibt Gas. Und glaubt mir, Eddie hat sich hier angestrengt. Lalas hält ein bisschen gegen und sagt nur nein. Geiles Ding. Und jetzt sagt er zu ihm, Na los komm, mach, mach, hol's dir, hol's dir. Und hier in dieser Stelle, wenn ihr jetzt denkt, Oh, er hat ihn fast gehabt. Seine Schulter, sein Ellbogen, Handgelenk sind unter voller Kontrolle in einer Linie. Also Lalas hatte hier keinerlei Gefahr, gepinnt zu werden. Eddie drückt. Versucht jetzt in den Press rüber zu gehen und ihn runter zu schieben. Aber Lalas sagt, nein, 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 nein. Und bumm, ist das ganze Ding vorbei. Ja, das war es dann auch schon. Ganz kurzes Ding. War eine Shownummer. Aber nur um mal zu zeigen, wenn Eddie halt in was reinschaut und dann da halt große Klappe hat. Ich glaube, es wird gegen den Mittelgewichtschampion im Armdrücken kaum anders aussehen. Nun ja. Also das mal zu dem ganzen Thema. Das wollte ich nur mal noch so anbringen. Ich weiß nicht. Ich fand, das zeigt halt einfach so sein Mindset. Wie er halt so ein bisschen drauf ist. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen gehört, die ich jetzt nicht wiedergeben werde. Einfach weil ich kann viele Sachen davon nicht belegen. Ich war nicht dabei. Ich will auch jetzt hier nicht rum haten. Eddie Hall ist einer, der wirklich eine Menge tut für den Sport. Ich wiederhole das nochmal. Ich habe großen Respekt davor, dass er seine Bekanntheit und seinen Status jetzt nutzt, um in den sozialen Netzwerken im Prinzip die Botschaft des Sports zu verbreiten. Und man merkt halt, dass er einfach oftmals kein besonders sympathischer Typ ist. Er ist so ein bisschen wie so ein Bill Kazmaier. Aber er haut halt wirklich Dinge raus, die so nicht in Ordnung sind. Und an dieser Stelle möchte ich mal zur Diskussion anreden, wie ihr das seht. 2. Mai. Wir haben jetzt also knapp vier Wochen, bis Haftor den Versuch macht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass er es schafft. Ich persönlich glaube, dass er es schafft. Und ich sage, wenn er es dieses Jahr schafft, falls er es schafft, dann unter diesen Umständen. Weil das ist das Bestmögliche, was er sich wünschen kann. Besser geht es nicht bei sich zu Hause. Sein eigenes Equipment. Sein eigenes Gym. Seine Crew. Sein Bett. Also vorher, vielleicht auch nachher. Seine Frau. Also es ist alles so, wie er es sich optimal wünschen kann. Jetzt muss er nur noch einen guten Tag erwischen. Und dann glaube ich, dass er es schaffen kann. Aber natürlich ist die Herausforderung sehr, sehr groß. Wir haben ihn bei Instagram jetzt 440 für 3 heben sehen. Und das sah aus, als ob er noch 6 im Tank hatte. Sind wir realistisch. Vielleicht hat er noch 3 im Tank gehabt. Was eine absolut kranke Leistung ist. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ich sage auch, Eddie, ich möchte an dieser Stelle, ich sage es auf Deutsch, aber trotzdem, ich möchte einfach, dass du den Respekt für die anderen Athleten nicht vergisst. Du hast großen Brocken geleistet. Du hast viel geschafft. Aber gerade das sollte eigentlich dir zeigen, dass alle anderen eben auch große Leistungen bringen. Dass man so nicht über andere Athleten sprechen sollte. Und ich kenne das auch eigentlich nicht. Normalerweise kenne ich solche Respektlosigkeiten nicht. Gut. Aber das sei mal ganz dahingestellt. Ich wünsche allen Athleten auf der Strongman-Bühne, auf der Powerlifting-Bühne, egal um was sie kämpfen, das Beste. Hoffe immer auf großartige Leistungen und bin stolz darauf, Teil dieser Community zu sein. Und bin auch stolz auf alle, die tolle Leistungen bringen, weil ich weiß, wie viel Arbeit sie investieren und was sie dafür machen. Und ein Gympia ist auch ein Gympia. Die sind vielleicht unter anderen Bedingungen. Aber wir haben hier einen offiziellen Judge. Wir haben kalibriertes Equipment. Und dementsprechend glaube ich auch an den Rekord, falls es einer wird. Das war ein kleines, recht langes Video. Ich hoffe es hat euch gut unterhalten und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Jetzel. Ich hoffe mal.